Sehr geehrter Herr Dorasch, wir müssen Sie darüber in Kenntnis setzen, dass wir der Aufführung des Stücks Ein Geschenk von Hitler keine Genehmigung erteilen können. Wir müssen sehr aufpassen, unsere Feinde nicht zu beleidigen. Wäre das so schlimm? Maria, wir haben Krieg. Wenn es Krieg gibt, wird dieses Stück ein Kassenknüller. Wir spielen Hamlet. Wir spielen diese Chance. Sein oder nicht sein. Wie klingt das? Das ist hier die Frage. Sie haben alle Juden aus den Häusern getrieben. Wenn ihr uns vergiftet, sterben wir nicht? Ich habe ständig an dich gedacht. Und ich habe dir so viel zu sagen. Ich habe die Leiche gefunden. Sie werden der größte Filmstar Europas. Wir erspielen uns den Weg in die Freiheit.